Hallihallo, gute Nacht, sag ich mal. Es ist schon wieder viel zu spät geworden. Ich wollte eigentlich schon viel früher aufnehmen, aber ich war noch vor dem neuen Dream Theater Album etwas gefesselt, sagen wir es mal. Und ich muss sagen, Progressive Metal ist nicht gut fürs Musiker-Ego, zumindest nicht für meins. So, Lamm und Panik. Was haben wir denn? Einladen der Säge. Uah! Wieso save ich denn jetzt schon? Reflex, Entschuldigung. Ich geh sofort weg von dem Knopf. Gott, das fängt ja schon mal... Upsala. Superb an. Flug! Einfach durch! Nein! Oh, machen die einen Schaden. Hihi. Hüpft ihr auch weg? Nein, ihr lauft direkt rein. Noob! Safe! Huch! Säge. Die Säge ist verschwunden. Da fehlt was. Na? Oh, ein Pylon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. X. Hopp, auf. Ui! Ui? Ui, ui, ui. Ich warte, ich hab's ja verstanden. Oh, cool, danke. Bluh, 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 bluh. So. Miep. Kann man dich irgendwie entfernen? Hm. Well. Das stört dich relativ wenig. Hab ich gemerkt? Ah, Nase kratzt. Ah, Nase kratzt. Upsi. Run! Uah, ja, tu ich ja. Ich nehm paar Münzen mit, vielleicht krieg ich ja noch, ja, etwas Leben dazu. Ich rede ja schon. Oh mein Gott, 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 oh Du, 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 du. Hui! Fußball. Ein bisschen Zeit vertreiben, wenn wir hier im Aufzug rumsitzen. Ja, Luigi. Hast du es drauf? Hm. Ich will meinen Panzer so nicht hergeben. Ach so. Ach, wie schön. Darf ich den Rest des Aufzugs, wo wir dieser scheiß Säge da rumtanzen, oder wie? Irgendwie ahne ich, dass das noch nicht real ist. Ui! Uiuiui! Uiuiui! Pfff. Ätsch. Verschwind! Hinf! Fort! Danke. Kick! 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 Schuss! Ey! Hihi. Hm, ich glaube, die lasse ich mal hier ein bisschen. Hau! Yeeeey! Hat sich ja gelohnt, die Shell hier mitzunehmen. Ui! Solange sie mich nicht trifft. Na, sag mal, wie lang ist denn der Aufzug noch? Halt! Huuu! Ähm. Gut. Das schaut zwar etwas komisch aus, oder? Ich erlöse sie. Ich hab nur noch zwei Leben! Ihhh! Ich hab nur noch ein Leben! Exit, vielen Dank! Oh mein Gott! Da 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 da! Epic! Epic! Zoom und weiter geht's! Oh Gott! Nice ship, Bad Lake! Ship unter Wasser, Welt? Ich hab nur noch ein Leben! Vergiss es! So, was haben wir da? Das war... Okay, danke! Nein, ich hab schon verstanden! Das fällt Feuer vom Himmel! Ein Pokey, ein paar fliegende Koopa Troopas! Uff, das war knapp! Das ist so freudig! Wuuuh! Dance! Oh, das geht ja lange! Leben! Gimme more! Danke! Ähm... Nein! Äh, whatever! Wuhu! Ninja Luigi! Nein, das... Na, nein! 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 Notiz nein! Na rein jetzt! Dummer Klempner! Ähm... Sollte mir das zu denken geben, dass hier keine Musik... Okay, ich nehm's zurück! Ich weiß nicht, ob das jetzt grad so... Oh, lenkt mich doch am... Ah, ah, los! Heeps! Pffft! Nein! 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 Rejected! Ich bin ja allein schon froh, dass es keine Unterwasserwelt ist! Sniff! Was? Wie? Wo? Wer? Warum? Oh... Lalalalalalalalalala... Lalalalalalalala... Schhhhhhhhhh... Schut! Mhhh... Knurr! Ey, sag mal! Luigi? Ich weiß ja nicht, ob du masochistisch veranlagt bist, aber... Normalerweise drückt man... beim Sprung doch... Äh, was heißt drückt beim Sprung? Das hat ja keinen Sinn... Lalalalalalalalala... Baseball! Ich konnte für Baseball bis jetzt noch nie viel abgewinnen! Oh! Ich hatte null Leben! Wow! Ich muss hier echt etwas öfter mal speichern, weil irgendwie... Ist hier das Exit! Toll! Sniff! Wird etwas verschnupft? Und... Es läuft ja wie am Schnürchen und irgendwie beende ich jedes Level mit nur 1 HP. Quests of the Saw. Das sind wir wieder in dieser Fabrikenmusik. Huch! Wenn der Saw stoppt, musst du die 1 von den Kreaturen... Okay... Komm mal, er! Ich muss dich defaaten! Mup! Mup! Chuck! 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 Humpf! Aai! Ich erschrak! Ich erschrak! Mhmmm... Hulalalalalalala... Ich glaub der Spin-Shop dürfte ja relativ praktisch sein. Safe! Wie immer! Der nächste... Oh! Geht's noch? Hallo? Hallo? Hihi! Irgendwie... Hab ich das grad geahnt. Na schieß schon! Meck! Kommt noch einer? Ich hab's mir doch fast gedacht. Ich find das nicht sonderlich nett, wenn man nur ein Leben hat. Rhino! Rhino! Chuck! Wenigstens sterben die Chlalop, die Chucks nach zwei... Sprüngen. Wow! Hä? War auch recht. Komisch. Die macht die Säge nix aus. Aber ich wette, wenn ich da rein springe, dann... Uah, jai, jai! Dürfte das etwas schmerzhaft werden. Die-dün! Die-dün! Na-ah! Und... Blblblblblblblblblblblbl! Nein! Do not approve! Hallo? Passiert hier auch mal was? Ich hab schon fast gedacht, da kommt jetzt gleich ne Shell. Ich mach jetzt hier wirklich ein bisschen einen Abuse, weil... Ich hab da... Keinen Nerv da jetzt... Ewig auf das Zeug zu warten. Weil so schnell bewegt sich dieses Ding hier ja nicht. Huch! Springende Rhinos! Kein Problem für einen Klempner! Ah! Wuhu! Wow! Achtung! Grüner... Cooper! Yuh! Ah, Gnade bitte! Äh, ja... Springt mal bitte alle offscreen! Hm... Geht das? Ja, es geht. Ah, Nase juckt! Sniff! Nja! Ja, 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 ja... Lasst euch nicht aufhalten! Ich hab irgendwie Angst noch von so nem blöden Panzer. Ah ne, hier geht's raus. Jaaa, zum Glück! Warum singe ich das eigentlich? Äh... Das geht auf die Stimme. Bip, 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 bip! Wie viel Uhr haben wir? Reicht's noch? Na klar! Bridge of the Sun? Oh nein! Nicht die Sonne! Super Mario... Dry! Asi! Stimmt, ich hab ja nur noch ein Leben. Waha! Und waha... Auah! Berschei, Du! Renn' 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 Klippner! Ih! Pilz! Danke! Prorit! AOff! Da, 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 da! Miep! Ja, genau! al lick ruck die Rennarsch. Glock ruck die Renn defenders! Kraut! Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst, deswegen save ich auch gerade so oft. Deswegen stürze ich mich lieber gleich ins Verderben. Hüpfen wir direkt in den Baseball, schon klar, Luigi. Vergiss es, vergiss es. Raus hier. Ah, das war Halbzeit. Hallo, Wump. Hallo, kleiner Wump. Hallo, nochmal kleiner Wump. Hallo, Knochen trocken. Na, die Levels sind jetzt schon wieder machbar. Na gut, die anderen waren auch machbar. Aber die haben jetzt nicht so ein großes Forderungspotenzial, nenne ich das mal. Außer, dass ich zu blöd bin, diesen Block hier zu erwischen. Äh, die sind jetzt schon wieder kaputt. Stopp, ich bin Sonnen, der Guardian dieser Brücke. Ich kann nicht, dass ich dich passen kann, ohne Krieg. Bekommst du dich selbst. Mein Gott, wie beeindruckend. Wie soll ich... Ich glaube nicht, dass es gesund ist, auf den drauf zu... Was? Achso, drauf zu dotzen. Auf jeden Fall hat er nur drei Lebenspunkte. So, wie macht man es das am dümmsten? Ähm, ja, da geht's weiter. Ist nichts eigentlich... Na gut, ich weiß schon. Ja, sowas war es nicht geplant. Sag mal, ich glaube ich, Föhn... Ja, so muss es sein. Na komm, du schlecht gelaunte Sonne. Einmal noch. Ich beschmeiß dich mit laufenden Pilzen und ich spring immer noch ins Feuer. Äh, weg. Weg, 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 weg. Ksch, hutsch. Kuuut, du hast gar nichts dazu beigetragen. Miepsi. Ah. The dead factory. Oh je. Oh je, oh je. The lights are crazy. Many toys disappeared and the remaining killed all the employees. Na, das ist ja immer sehr, sehr schön. Deswegen mach ich gleich mal Selbstmord. So. Pandas? Panda-Chucks. Auch recht. Ach, wie. Schön. Da. Hi. Wow. Das war ja schon mal fast episch. Das war sogar ein bisschen episch. Das war total fail. Genau wie das. Die. Die. Oh Gott. So. Mit diesen Footballs. Was machen wir mit denen? Hüpfen bitte hoch. Football. Danke. Hier oben ist nur etwas Geld. Also nichts erwähnenswertes. Eine feuerspuckende Pflanze. Einmal tot. Fuck you, buddy. Ich bin doch lieb. Ich mag doch Pandas. Ich hasse Football. Oh. Oh. Gut. Ähm. Gut. Was? Wie? Wo? Was? Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ach du? Ui. Das ist diese Presse von dem... Ah, das das Ding da gesagt hat. Das heißt, ich verschwinde jetzt mal ganz, ganz sch... Oh Gott. Oh Gott. Eieieiei. Shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nicht nett. Gar nicht nett. Uff. Uff. Ah, nein, 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 nein. Nein? Oh, das ist nicht gut. Uff. Scheiße, mit meinen Ninja-Skills kam ich jetzt auch nicht weiter. Oh Gott, schnell sein, schnell sein, schnell sein, schnell sein, schnell sein, schnell sein. Ah, lululululululululup. Halb. Ai, 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 ai. Do not like P-Switch. Äh. O-U-U-U-Z-A. Alter Schawede. Hm. Okay, hier gibt's ein Secret Exit, das merke ich mir mal. Ich glaube, wenn nicht, dass hier irgendwo was ist... Nope. Wobei... Weißt du, dass ich muss hier Deck... ...Dead Factory dann nochmal machen? You have found the hidden exit. Na 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 na... Ich muss mir das echt mal abgewöhnen. So, ich glaube, jetzt haben wir schon genug Minütchen auf dem Konto. Nächstes Mal sehen wir... ...Aluminium Pipeline. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Oder wie gesagt, wann ihr immer das auch anschaut. Lasst es euch gut gehen und Servus.